Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier auf Tessi Supply. Wir beginnen direkt mit einem ersten Video, denn letzte Nacht wurde das Cybercap vorgestellt, aber nicht nur das Cybercap, auch ein weiteres Produkt. Wir werden uns alle Details anschauen, die man bis dato weiß und auch nochmal ein bisschen in die Zukunft blicken, was das für Europa bedeutet und was wir hier von diesen Produkten dann erwarten können. Starten wir also erstmal mit dem Video. Es geht hier um ein Video, welches von Sarah Merritt aufgenommen wird. Der ein großer Account auf X ist und tagtäglich über Tesla berichtet. Also schauen wir uns doch mal an. Wir sehen schon, dass der Bildschirm größer ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch keine Überraschung ist, denn wir haben ja rechts und links auch jetzt mehr Platz. Wir haben kein Lenkrad. Also das ist natürlich so, dass man dann ein größerer Bildschirm macht. Das ist natürlich sinnvoll. Ja, wir werden uns auch gleich nochmal ein paar Bilder anschauen, aber in der Zwischenzeit, wo ihr euch das Video anschauen könnt, welches ja auf einem abgegrenzten Gelände ist. Das ist jetzt natürlich noch nicht das tagtägliche Chaos auf den Straßen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir schon ein paar Informationen haben. Als allererstes können wir festhalten, dass in den USA nach neuesten Informationen von Elon Musk ab 2025 FSD unsupervised kommen soll. Warum in Kalifornien und Texas? Das ist jetzt mein Take dazu. Kalifornien hat einfach eine riesen Tesla-Flotte und Texas ist das Hauptquartier. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich in Kalifornien die meisten Daten haben. Mit Daten kann man natürlich sehr, sehr gut arbeiten. Und diese Daten stellen natürlich sicher, dass nicht so viele Eingriffe nötig sind. Dazu komme ich aber gleich nochmal, was das für Europa bedeutet. Dann haben wir einmal das CyberCap, welches ab 2026, 2027 kommen soll. Und das ist natürlich auch so ein Thema. 2026, da hat er dann in der Rede so ein bisschen überlegt und hat gesagt, Ja, vielleicht auch 2027, aber das deutet darauf hin, dass intern das Ziel ist, das CyberCap 2026 in den USA auf den Markt zu bringen. Warum sage ich USA? Denn anhand dieses Unsupervised-Themas, wo wir sehen, dass Kalifornien und Texas erstmal als Bundesstaaten kommen, kann man erstmal sagen, dass es zwei verschiedene Wellen der Adoption gibt. Wir werden also eine Welle erleben, in der das Model Y und das Model 3 FSD-Supervised bekommt. Und dann im nächsten Schritt sehen wir dann auch diese ganzen bestehenden Autos, die ihr fahrt, nicht das CyberCap, dass sie unsupervised bekommen. Und dann kommt noch das CyberCap dazu. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in Europa das, was du hier gerade siehst, noch einige Jahre weg ist. Denn wir müssen erstmal den ersten Schritt nehmen und es schaffen, dass die bestehenden Autos des Model 3 oder des Model Y, Model S, Model X, welches Auto auch du fährst, dann mit dieser Software hier Daten sammeln. Und zwar mit FSD-Supervised. Wir haben gesehen in Amerika, wie viele Daten sie damit jetzt sammeln können. Und dann kann man danach sagen, hey Leute, wir haben jetzt genug Daten, jetzt können wir uns erlauben, in einigen Regionen sogar schon an Supervised frei zu machen und dann möglich zu machen. Und das CyberCap wiederum, das kommt ja erst danach, denn es wird ja hier im CyberCap keine Möglichkeit geben, tatsächlich dann auch selber noch einzugreifen. Da muss das funktionieren. Und da ist einfach die USA mit den Daten, die sie gesammelt haben und natürlich jetzt auch FSD-Supervised um einiges weiter als der europäische Markt. Ja, wenn ich jetzt pessimistisch bin, würde ich sagen, 2030 könnte man vielleicht erwarten, dass so etwas nach Europa kommt. Wenn es früher kommt, bin ich natürlich auch sehr froh. Ich möchte aber natürlich in der Euphorie die Realität noch im Auge haben und ich glaube, dass wir so etwas dann in dem Moment erst sehen werden. Ja, jetzt blicken wir noch auf ein weiteres Video, denn es handelt sich nicht nur um die Tatsache, dass wir ein CyberCap haben, sondern wir haben auch einen Cybervan oder ein Robotin. Es ist so, dass es sich hier um eine Anspielung auch auf einen Film handelt. Du wirst vielleicht wissen, auf welchen Film. Es geht ja auch um einen Film, wo ein Zug da ist, der durch eine Eiszeit fährt. Du siehst es vor allem vorne, gerade auch angehalten. Da hast du einen guten Einblick. Und wir werden jetzt uns mal ein paar Bilder anschauen, denn dieses CyberCap ist wirklich ein unfassbar cooles Produkt. Wir haben hier einmal einen Blick auf den Kofferraum. Du siehst, ein großer Kofferraum und das ist ein Pluspunkt. Jetzt sehen wir mal an, ich fahre mit meinem CyberCap, welches ich mir gekauft habe und das wird übrigens möglich sein. Man geht davon aus oder hat gesagt, dass es knapp unter 30.000 Dollar sein soll. Auch hier möchte ich die Euphorie einmal bremsen. Wir wissen alle, was diese Aussagen vom Tesla Model 3 und Tesla Model Y waren. Es wird sicherlich auch hier von Tesla Seite, auch wenn noch nicht offiziell bestätigt, verschiedene Batteriegrößen geben. Man wird vielleicht einen CyberCap haben, welches eine größere Batterie hat und dann vielleicht eben halt 36.000, 37.000 Dollar kostet. Und dann wird man günstigere Versionen haben, wo jemand sagt, hey, das nutze ich privat, weil privat wird man es kaufen können. Und ich bin nur im Radius von 50 Kilometern immer unterwegs. Ich brauche das eigentlich nur, damit meine Kinder zur Schule können, dass ich mal einkaufen gehe, etc., etc. Und dann kann man natürlich vielleicht auch noch eine günstigere Variante bauen mit einer kleineren Batterie. Und ganz wichtig, es wird mit kontaktlosem Laden sein. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich noch zusätzlich zu deinem Auto, ich gehe nicht davon aus, dass das preisinklusive ist, dieses Pad auf dem Boden haben, um dieses kontaktlose Laden wirklich zu machen. Auch das hatten wir ja bereits in einem Video mal behandelt. Also das wird sicherlich ein Thema sein. Also Preis könnte bis unter 29.000 oder 30.000 Dollar fallen. Dann haben wir dann das Unsupervised ab 2025 in Kalifornien und Texas. Die Kosten pro Meile sind schätzungsweise, wenn man es an Leute vermietet, 30 bis 40 Cent. Und wenn man die operativen Kosten nur rechnet, also wir nehmen jetzt mal an, du hast jetzt dir eins selber gekauft, dann hast du ja nur die operativen Kosten. Das ist ja dann einmal der Kredit, den du aufgenommen hast, wenn du es nicht Cash gekauft hast, plus die Stromkosten. Wahrscheinlich dann auch noch das Thema Software, weil du würdest ja wahrscheinlich das auch noch mitkaufen. Entweder kauft man das hier mit, das ist zum Beispiel auch noch nicht ganz geklärt, hat man das im Preis inklusive oder man müsste noch ein monatliches Abo machen. Aber sonst ist das Auto nicht funktionsfähig. Und wenn man es nicht gekauft hat, ich gehe davon aus, dass es dann im Preis inklusive ist. Genau. Also du kannst es selber kaufen, kannst dir selber auch eine Flotte aufbauen. Auch das ist etwas Wichtiges. Und du siehst hier, schöner großer Kofferraum, das heißt, du kannst mit diesem Fahrzeug zum Flughafen fahren, kannst zu zweit zum Flughafen fahren. Das ist vielleicht noch das Einzige, was vielleicht einige kritisieren werden, weil sie sagen werden, hey, Sekunde mal, wenn ich jetzt mit meiner Familie irgendwo hinfahren will, was soll ich denn damit machen? Das ist natürlich ein Thema. Aber du kannst ja mit deinem Model Y und Model 3 auch an Supervised irgendwann fahren und das Cybercap entsprechend für was anderes nutzen. Und das ist eben halt das Thema. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht jeden Tag fährt man mit vier Leuten im Auto. Es ist sehr, sehr oft alleine. Und dafür ist natürlich dann dieses Produkt perfekt. Ja, hier noch ein kurzer Blick auf das Bild, was wir ja bereits vor einigen, vor zwei, drei Wochen mal hatten, wo man dieses Testfahrzeug in L.A. gesehen hat. Dann blicken wir noch mal weiter von der Seite. Du siehst sehr gut, also Cybercap. Also dieses ganze Cyberthema geht weiter. Und dann haben wir hier einmal noch mal den Innenraum. Und du siehst noch mal sehr gut diesen großen Bildschirm. Dann die Sitze. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Produkt, was Tesla hier jetzt dann aufbaut. Man hat jetzt natürlich hier designtechnisch. Und das ist wieder typisch Tesla. Dashboard-mäßig wird sich das auch nicht groß unterscheiden zum Tesla Model 3 Highland. Man übernimmt also jetzt hier das Design. Das finde ich auch gut. Reduziert am Ende ja auch die Kosten. Dann haben wir hier noch mal einen Seitenblick. Mit diesen Türen. Das ist natürlich wieder sowas, was sehr technisch anfällig sein könnte. Im schlimmsten Fall. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu negativ sein. Ist nur etwas, was man realistisch betrachtet, vom Model X ja kennt. Hier wird das sicherlich etwas einfacher sein. Dann schauen wir doch kurz auf den Cyber-Van. So würde ich ihn jetzt einfach mal kurz nennen. Also wir haben hier einen riesengroßen Van. 20 Leute passen da rein. Ja, also das ist auch eine stattliche Summe. Man kann den natürlich für verschiedene Zwecke nehmen. Tesla hat sehr viele Bilder online gestellt. Du siehst auch hier noch mal gerade den Innenraum mit weißen Sitzen. Tesla hat viele Bilder online gestellt. Man kann ihn als Schulbus nehmen. Man könnte ihn jetzt zum Beispiel nutzen, wenn man zum Beispiel so einen Foodstore hat. Wir kennen diese ganzen Food-Festivals, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier einen autonomen Foodstore. Ich kann einfach von A nach B fahren mit meinen Produkten und verkaufe mein Essen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man jetzt dann hier tatsächlich dieses Produkt einsetzen kann. Tesla hat hier noch mal zum Ende auch hin ein Beispiel. Dass das natürlich irgendwann die Traumvorstellung ist, dass ein Robot also dann die Fahrzeuge repariert und das Fahrzeug autonom dann zu dir fährt. Ja, das ist erstmal grob zusammengefasst, was wir vom Event haben. Da werden sicherlich noch einige andere Videos folgen von mir, denn es ist nicht alles möglich in einem Video, aber das sind erstmal die wichtigen Sachen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du da dabei gewesen bist, lass gerne ein Abo da. Mach's gut. Bis dann. Und tschüss.